In der Disco, in der Disco, ist es wie beim Fleischer. Guten Tag, 10 Kilo Ticken, bitte. Bis zu Hause bleibt das Fleisch schon geschnitten und eingepackt. Ich bin los, Takt und deshalb behandelt dieser Text von Frauen. Dieser Text behandelt Frauen wie Vieh. Wie E.T. finger ich das Fotzenfleisch. Ich klopf es weich, bis der Kitzler dreimal klingelt. Ring, ding, 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 ding. Dann wird gepinkelt in ihre Fotze. Ich bin der Zuhälte, denn ich halt dir den Mund zu. Baby, es ist wie die Entstehung des Universums. Wenn ich komme, macht es Bums. Ich bumse wie ein Terrorist. Ich zeige ihr, was Terrorist. Keine ist von mir sicher, nur peinliche Striche. Du bekommst beim Fleischer nur Schweinshaxe. Ich willkommen aus aller Welt wachsen. Den mir Feministen den Tod wünschen. Aber keine Sorge, euch fick ich auch noch. Tabu, Terror, Titten. Die Welt wird vom Teufel geritten. Er möchte zum Tanzen bitten. Er führt mit den neuesten Schritten. Tabu, Terror, Titten. Die Welt wird vom Teufel geritten. Er möchte zum Tanzen bitten. Er führt mit den neuesten Schritten. George Bush ist nicht der Teufel für mich. Der Teufel bin ich. Bush ist nur Pseudo, sonst nix. Leute wie ich sind das Salz der Welt. Falls du mir nicht gefällst, wirst du kalt gestellt. Halt, wieso ist es zu kalt in der Bitch? Sie ist faltig und alt. Erinner dich, bald ist sie tot. Niemand hindert dich. Es wird Zeit, dass du ihre Kinder fickst. Oh ja, es muss weiter gehen. Bitte weiter gehen. Hier gibt's nur Leid zu sehen. Kein Problem oder nichts bleibt bestehen. So ist es, lass dir keinen Scheiß erzählen. Mein Reiseziel ist die nahe Zukunft. Dort warten Huren, Schaf und Blutjung. Nicht zu jung nach der ersten Blutung. Mit Mut zum Terror als wahre Berufung. Tabu, Terror, Titten. Die Welt wird vom Teufel geritten. Er möchte zum Tanzen bitten. Er führt mit den neuesten Schritten. Tabu, Terror, Titten. Die Welt wird vom Teufel geritten. Er möchte zum Tanzen bitten. Er führt mit den neuesten Schritten. Schritt 1 Er erweckt dein Begehren, die Sucht zu besitzen und Besitz zu mehren. Schritt 2 Er bietet dir ein Geschäft an, denn er ist ein guter Geschäftsmann. Schritt 3 Er stellt dir etwas in Aussicht und erwartet, dass du dafür etwas aufkommst. Schritt 4 Er gibt dir den Vertrag, mit dem du dich binden sollst dein Leben lang. Schritt 5 Wenn du ihn unterzeichnest, ist klar, dass du dein Leben lang mächtig und reich bist. Schritt 5 Doch geht dein Leben zu Ende, fällt deine Seele in seine Hände. In seine Hände. Er greife seine Hand. Er führt, er verführt, er spürt die Ängste der Menschen und nutzt sie aus. Uh, er ist ein eleganter Tänzer. Tabu, Terror, Titten. Die Welt wird vom Teufel geritten. Er möchte zum Tanzen bitten. Er führt mit den neuesten Schritten. Tabu. Tag5 Vielen Dank.